Ah, wer kennt das nicht? Ihre Frau will unbedingt an die frische Luft, aber Sie wollen auf der Couch hocken. Tja, jetzt geht beides mit einem Outdoor-Sofa. Doch bevor es in die Geschäfte kommt, muss die Stiftung Produktsicherheit es überprüfen. Das Team um Cheftester Günther Weißflug ist dabei sehr gewissenhaft. Ah, ich weiß nicht. Auch die Zuschauer am Rand sind professionelle Crash-Test-Dummies. Für Laien wäre das viel zu gefährlich.